Klaus Kranitz hält nicht viel von ausführlichen Analysen und einfühlsamen Gesprächen. Der selbsternannte Therapeut macht krisengeschüttelten Paaren ein ebenso simples wie bestechendes Angebot, drei Sitzungen, 1500 Euro und das Versprechen, dass das Honorar nur fällig wird, wenn sich am Ende alle wieder verstehen. Kranitz, bei Trennung Geld zurück, öffnet ein neues Kapitel des improvisierten Fernsehens. Die Hauptrolle in der Comedy-Serie, die ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar ist, spielt Regisseur und Schauspieler Jan-Georg Schütte. Ein Mann mit Erfahrung, wenn es darum geht, Kollegen ins kalte Wasser zu schubsen. Denn nur die Geschichten und Charaktere sind im Drehbuch umrissen, Dialoge müssen improvisiert werden. Das ist so erfrischend, dass es für Altersglühen, Speed Dating für Senioren, 2014, und, für immer Sommer 90, 2020, sogar einen Grimme-Preis gab. Zwischendurch lud Schütte zum »Klassentreffen« 2019, und sogar zu einer »Tatort« Folge mit dem Titel »Das Team« 2020, der allerdings nicht alle Fans der Kult-Krimi-Reihe überzeugte. Jetzt wagt sich der Filmemacher selbst selbst an die Front und holt sich in sechs jeweils rund dreiviertelstündigen Episoden prominente Kollegen auf die Couch. Als Klaus Kranitz, der härteste Freund seiner Klienten, bringt er die ins Stocken geratene Zweisamkeit wieder zum Laufen. Seine Therapiemethode – schnell, direkt, effektiv und pragmatisch. Die Wahrheit muss raus, die Karten auf den Tisch, alles andere ist langwierige Trennungsbegleitung und damit Zeitverschwendung. Auf seiner Couch landen Verschwörungsgläubige, Charlie Hübner, und Auftragskiller, Jane Mädel, Heiratsschwindler, Anna Schutt, und Althippies, Günther Maria Halmer und Angela Winkler. Von Kranitz angetrieben, improvisieren sie um die Wette. Das ist berührend, lustig, manchmal zäh, absurd, peinlich und unterhaltsam, eben wie Beziehungen im echten Leben. Für Jan-Georg Schütte aber ist es, die beste Art, Fernsehen zu machen. Im Idealfall sorgt das Verlassen der Komfortzone für maximale Wachheit und Lebendigkeit. Pannen eingeschlossen. Kronitz angetrieben. Kronitz angetrieben. Untertitelung des ZDF, 2020